Ich glaube, einer hat einen Granatwärter. Was ist das? Ja, bestimmt. Als ich auf dem Boden war, konnte ich nicht mehr springen, obwohl ich gehockt habe. Sehr nett. Shit. Ich weiß, wie ich die Schwiezer habe. Ja. Ich bin schon weg, ich bin schon weg. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist doch gar nicht, ey. Hey, das ist zum Kotzen, du hast keine Chance mit dem Dreckshunter. Wir müssen was koordiniert machen. Gibt es noch nichts. Wenn ich auf den Trock, kann der es so gegenhalten, dass ich nicht laufen kann. Wenn der Trock, der mich hat, kann ich quasi gar nichts machen. Ja, aber Leute, wir müssen da was koordiniert machen. Jeder macht irgendwann mal was. Da hat es keinen Job. Ich muss nicht versuchen, den jetzt von oben zu holen. Nehmen wir mal raus, dass er dann kann. Jawoll. Er hat sich voll geslammt. Hey, die Boomerette hört sich an. Das ist der Kuhn. Jawoll! Ja, sehr gut! Alle vier! Volltreffer! Sehr gut, der Splitter! Jawoll! Boah, haben sie ein Glück, ey! Jockey, stopp dir den letzten. Ja, ich versuch's. Ich hab einen jetzt abgespalten, nur zwei. Jetzt sind sie durch. Jetzt müssen wir versuchen, den letzten mal umzuhalten, ne? Oh, Mann! Die haben so einen Fett! Hey, das kannst du vergessen, ey! Oh, Mann! Oh, Mann! Warte bis alle da sind, wir machen was gemeinsam. Wenn sie sich alle jetzt mit Eukerhocken vielleicht spielen! Oh, Benni, man versteht kein Wort. Hey, man hat eben nur Traktorzeug gehört. Boah, ja, witzig Jawoll Mann, das kann man nicht tun. Guck mal, Volltreffer. Kommt noch mehr, Horde. Sehr schön. Ja, perfekt. Mein Spit ist gar nicht angekommen, was ist das denn? Was ist das mitgegangen? Keine Ahnung. Ja, okay. Ich bin gerade anders nicht. Jawoll! Gute Arbeit, Fluffy. Was war das schon wieder? Ich chargte mich und mit einem Schlag tot oder was? Das geht doch überhaupt nicht. Mit einem Charg, der hat mich mit einem Schlag tot gehauen. Good, incoming! Ich komme!